So, hallo an alle zu einem neuen Video und heute gibt es eine kleine Info oder ein kleiner Hinweis. Auf meinem Kanal gibt es ja größtenteils nur mal die neuesten Neuigkeiten rund um Minecraft, sei es zum Beispiel, wenn ein neuer Snapshot rauskommt oder ähnliches. Und auch heute gibt es einen besonderen, speziellen Anlass, wozu man vielleicht mal ganz kurz einen Hinweis raushauen könnte, denn es heißt ja nicht unbedingt, dass jeder Minecraft spielt, auch täglich. Und einige, die es jetzt zufällig gerade sehen, finden das Feature vielleicht recht lustig. Und zwar folgendes, der offizielle April-Scherz von Mojang hat natürlich auch in Minecraft ein klein wenig Einzug gefunden. Und der spiegelt sich folgendermaßen wieder. Ab sofort, also was heißt ab sofort, für heute kann niemand seinen Skin wechseln und jeder Spieler in Minecraft rennt als Villager rum. Und das Ganze gilt natürlich auch für Multiplayer-Server. Das heißt, wer unterwegs auf dem Server ist, ihr werdet euch wundern oder auch nicht, denn ihr wisst ja Bescheid wegen dem April-Scherz. Jeder hat auch natürlich im Multiplayer diesen Skin. Das heißt, es rennen heute nur Villager durch sämtliche Servers, wie man zum Beispiel auch gerade ganz gut sehen kann. Eigentlich recht lustig. Allgemein ist ja heute auch der Tag der April-Scherze. Und ja, von daher, man sieht überall irgendwelche kleinen Features, die eingebaut sind. Zum Beispiel in Wincraft verfolgt einem ein Tintenfisch die ganze Zeit, nämlich Squiggles the Squid, nur so als Beispiel. Ihr werdet es schon gesehen haben, bei verschiedenen Kanälen sind spezielle Videos hochgeladen worden, wo man sich denkt, wie kommt denn das dahin? Was hat das damit zu tun? Es wird logischerweise natürlich dann auch ein April-Scherz sein. Das ist ja dann klar. Aber ja, was haltet ihr allgemein davon? Findet ihr sowas ganz lustig, dass einmal im Jahr so ein Tag gibt, wo jeder jemand anders verarscht? Oder findet ihr, das kann man sich eigentlich sparen? Und vor allen Dingen, ich bin jetzt zum Beispiel eben gerade erst nach Hause gekommen. Welche April-Scherze habt ihr heute schon gesehen und entlarvt? Das würde mich interessieren. Gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist mal wieder was Kreatives dabei. Ich weiß, letztes Jahr war es größtenteils so, dass viele YouTuber zum Beispiel ein Video gemacht haben, wo sie gesagt haben, sie hören auf. Wenn da sechs auf einmal machen, ist es nicht mehr so ganz so glaubwürdig. Aber es war zum Beispiel auch eine kleine Möglichkeit, die es da gab. Ja, also einmal in die Kommentare schreiben, welche habt ihr heute schon entlarvt? Welche Dinge waren cool? Wäre mal interessant zu wissen, freut sich um mal sowas durchzulesen. Und ja, im Wesentlichen war es das auch schon gewesen. Dauer Villager Steve gibt es ab sofort, nur für heute den Tag, in Minecraft einfach einloggen, dann habt ihr das automatisch, ohne dass ihr was dran ändern könnt. Und ja, dann hoffentlich war es vielleicht ein wenig lustig, was ihr alles gibt. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Wenn ich Zeit habe, werde ich es noch schaffen, vielleicht jetzt eine Mod-Verstörung hochzuladen. Müssen wir mal gucken, wie das zeitlich reicht, aber schauen wir mal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir sehen uns vielleicht noch nachher. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.